Gebetet zu dir, böses Tod, und mach alles putt. Okay, gut reicht. So krumm gebetet. So, erstmal gegentreten Äh, ich spiele Amanda Also eigentlich Haupt, äh, Survivor Spiel aber zwischendurch auch mal Amanda Oder den Geist spiele ich Ich spiele auch, äh, den Fallensteller Oh, come on Hallo Lass immer noch und du hab Du Du, du, nie, 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 nie Nein, 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 nein Komm da Komm mit Nein, ich hau dich nicht vasprochen Komm mit Jetzt komm doch mal mit, Bitch Komm mal mit Kommst du mal mit Komm mal mit Da Totem Da Totem Da Totem So Kann ich danach gerne mal tun Kannst du mal hier machen Ist du doof dafür? Manchmal ja Ich hab gesehen, dass der eine nur 70 Stunden hat Und wenn so Darf ich einmal kurz gegentreten? Ich will nur mal kurz gegentreten Danke Ähm Wenn ich sehe, dass die sehr, sehr wenige Stunden haben Finde ich es immer kacke Ich bin erfahrener Killer, also nicht so erfahrener Ich bin jetzt kein Pro-Killer Ich tu dir nichts Tu dir nichts Ich tu dir wirklich nichts Ich hätte dich schon längst Ich tu dir nichts Kannst du mal kurz Komm mal mit Ich tu dir nichts Kannst du mal Hallo? Kannst du mal runterhauen? Ich bin jetzt echt weggerannt Was denkt ihr, dass ich echt zu dumm bin? Hallo Kannst du mal? Danke Meine Fresse Ich brauch mal erst ein anderes Opfer Damit zu kapieren, dass ich hier nichts Böses will Läuft bei denen nicht richtig Ja, wie die Angst haben Ist geil, ne? Ich find das total Nein, bei unerfahrenden Survivoren Mach ich das gerne Weil ich war selbst mal ein unerfahrenes Survivor Und ich würde das eigentlich Hätte das begrüßt, wenn uns Wenn mir so ein, zwei Nette Würde ich nicht Hat dich gesehen Nein Können wir hier den Generator machen? Okay Dann legen wir den halt auch erst nieder Um den verständlich zu machen Dass ich nichts von dem möchte Kann man hier mit dir jemand kommen? Du kriegst mal eine Falle auf Weil ich brauch Punkte Boah, extra gewartet So Kann man hier mit dir jemand kommen? Hallo Könnt ihr mal jemand dem Arschgeige hier zeigen Dass es nicht nett bin? Hallo Hallöchen Hallo Kommt denn keiner Komm, wir gehen mal Komm mal mit Hallo Kannst du den mal heilen? Ah, du bist noch so ein Vollpfosten Hier gehst du nicht ran hier Kussi Da liegt jemand auf dem Boden Okay, du gehst heilen, ja? Gehst du heilen? Was ist der denn? Geheil Genau Hast du es jetzt auch verstanden? Netter Killer Nicht böser Killer Netter Killer Gut Vielleicht auch einmal rumhauen Ich will dich nur hauen Hänge ich auch nicht auf, versprochen So Ich will nur meine Fallen loswerden Ja, die haben tierisch Angst Ich weiß auch nicht warum So Könntest du ihr mal helfen? Die liegt da Könntest du dir mal helfen? Ja, danke Ich weiß, dass der Dritte nicht hier den Generator anmacht Habt ihr nämlich ein Problem So, gut Alles unter 100 Stunden Kriegt bei mir so einen Mini-Welpenschutz Außer er will mich verarschen Gut, du brauchst erst auch eine Lehrstunde in Ich bin ein netter Killer Ich will nur meine Fallen loswerden Danach könnte er gehen Dankeschön So, tschüss Ähm Ähm So, kann man jemand? Die liegt am Ausgang Hallöchen Pöpöchens Kann hier mal jemand heilen? Brauche ich nur noch eine Palette ins Gesicht Meine Fresse Wie ausgestorben hier Hallöchen Palette in your face Bitch Weiß ich ja jetzt, wenn ich Als Killer hätte Wenn mein neuer Das nächste Joa Du kannst auch gerne zum Üben Einfach auf den Discord joinen Hast du geheilt? Okay Ähm Hier, Palette Danke So, gibt's hier noch irgendwo eine Palette? Im Nächsten haben sie die Tussi jetzt hochgehoben Wollte irgendwie nicht mitkommen Schade Egal Du ein netter Killer bin Hi Einmal Du Einmal Soll ich jetzt heilen? Oh, wir spielen Palettenlooping Die Palette Hau mir die Palette ins Gesicht Hier Okay, erst die Oh nein Ich hab Palette ins Gesicht gekriegt Dankeschön Ich hab ein Überlebenden gesehen Ja Du machst Trote Das ist schön Viel Spaß Danke für die Jagdpunkte Ich weiß nicht, ob die anderen zwei verstanden haben Dass ich hier nicht mobbe Also dass ich hier nicht Leute wahllos einfach umklatsche Oh Oh Durch die Falle Ich glaube, der wusste nicht Dass man durch die Falle nicht durch den Ausgang gehen kann Das, ähm Das wusste ich nicht Hätte ich das gewusst Ich hätte sicherlich nicht, äh Eine Falle rauf gemacht Wenn ich gewusst hätte, dass er das nicht war Hey, cool Hörst du denn auf Ja, komm Fiedel dich frei Kann ich noch wegen des Frühstückszellen essen Ich glaub, der eine wusste nicht, dass man, wenn man die Falle auf dem Kopf hat Darf ich nicht aus dem Ausgang gehen Weil er hat einen bestimmten Punkt mal zu piep piep Gut, du machst jetzt erst mal eine Geste, bitte, ja? Danke Einmal anstützen So, jetzt könnte er Und eine Palette Komm, du kriegst noch Punkte fürs Runtermachen Ich krieg noch Punkte fürs Reintreten Okay Komm, jetzt gehen wir, ja? Der Arme Das tut mir irgendwie richtig leid So Komm Komm, dich bring ich jetzt zum Ausgang Reicht für heute Geht doch Komm Hier raus Tut mir irgendwie leid Das tut mir echt leid Scheiße Ups